Es ist interessant, dass sich im Schlüsseljahr 1897 zwei große, eigentlich die größten Elektrokonzerne fast gleichzeitig wie auf ein Signal hin in Bewegung setzen und ihre Produktionsbasis nochmal grundlegend erweitern. Das ist an der Oberspray, die Mannen von Emil Rathenau gründen, oberschöne Weide, beginnend ein Kabelwerk am Wasser zu bauen. Danach entsteht dahinter eine Siedlung, keine Werkswohnungen, aber im Zusammenhang mit den Fabriken und dahinter liegt die Heide. Interessanterweise haben wir dieselbe Situation an der Unterspray, wo unter dem Kommando von Wilhelm von Siemens ebenfalls als erstes ein Kabelwerk errichtet wird an der Uferzone. Dahinter entstehen dann Häuser im Zusammenhang mit diesen Industrieansiedlungen und dahinter liegt wieder die Heide. In diesem Falle die Jungfernheide, oberschöne Weide, die Wuhlheide. Und deswegen sind diese Industriekomplexe am Wasser sich strukturell, vielleicht nicht äußerlich, aber strukturell sehr ähnlich, weil sie zum selben Zeitpunkt unter denselben Umständen zum selben Zweck schaffen wurden. Eigentlich sind es Zwillingsstädte.